So, geheimlich am üben willst du lieber Sola ablösen, ne? Fände ich geil. Wir beide spielen mal ein Podlight und Johnny holen wir zurück, dann ist Sola raus. Oh, 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 dann ist das schon... Wie, nein, am Arsch kann er sich sonst mal hinstecken. Machen wir Team Lifestyle. Pius, lol. Junge, bist du nicht der zukünftige Win-Challenge-Gewinner vom nächsten Freitag? Na klar, der bin ich. Geil. Warum willst du nicht, dass ich jungle? Ich spiele, was du magst. Naja, ich dachte, wir machen jetzt so geile Sachen, weißt du? Na, eine nicht. Na, vier remain, wuff. Ich zeig dir meine Kiki, okay? So, hallo, Chat, ne? Darf ich jetzt ran? Ist das Rumble Support? Och, Mann. Mann. Ich hasse Dodgen, ne? Wollten so zwei Bush-Accounts, mit denen wir Blitz League spielen können. Äh, Schlitz League. Das ist so kacke, dass das Riot einem so schwer macht, zusammenzuzocken, ne? Das soll einfach so wie bei Valorant sein, dass man einfach immer zusammenzocken kann. Ich seh dich mal auf so einem gefährlichen Aphelios, ja. Sollen wir machen? Ja. Ne, auch noch eine Caitlyn, da seh ich dich auch richtig doll. Caitlyn, Caitlyn ist boring. Ey, Caitlyn ist geil. Ist schon auf Rage die ganze Zeit Autotext reindrücken? Das war kein guter Aphelios, aber... Oh, jetzt muss ich gegen Nafiri. Champs is broken, Pius. Ne, warte mal, das ist Top-Lane Nafiri. Ich muss gegen Seraph. First Strike oder Electrocute? Wo siehst du mich? Perfekt, Pius. So, geheimlich am Üben willst du die mal Solar ablösen, ne? Fertig geil. Wir beide spielen mal Botlane und Johnny holen wir zurück. Na, Solar raus. Oh, 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 oh. Dann ist das schon... Wie ein Einladen am Arsch, kann er sich sonst mal hinstecken? Machen wir Team Lifestyle. So nämlich. Nur Wins heute, ne? Nur Wins heute. Ja, das ist Flex-Farbo. Wir haben keine Accounts, die Solo-Q zusammen spielen können, leider. Weil Riot dumm ist. Äh, was? Hallo. Ich meine, ich liebe Riot. Ich bin League-Partner. Verstehe ich, warum ich push gegen Seraph ab? Das sollte nicht so sein, oder? Ne, das sollte eigentlich nicht so sein. Wir können eigentlich gleich noch drei Zuschauer mit reinholen in die Flex. Und eine richtige Legendentruppe gründen. Aber nur gegen 50 Euro. So. Meinst du das machen, Leute? Bestimmt, oder? Hörbe macht sowas. Vielleicht mach ich jetzt grün weg? Mach ich bei Instagram und mach das Plus weg. Och, Mann. Schöner Kill. Was findest du, ist der coolste AD Carry? Boah, schwierig. Kaiser, glaube ich. Kaiser? Kaiser fühlt sich an Ultra-Smooth zu spielen, finde ich. Aber die ist schon sehr stumpf irgendwie, finde ich. Mit Kalista, glaube ich, am geilsten. Das ist voll scheiße. Ups, scheiße. Was soll das? Ey, Aragorn, danke für den Sub. Das ist der Freund von Legolas. Weiß ich nicht. Ich hab den letzten Helm-die-Ringe-Marathon gemacht. Ey, mach ich jetzt keinen Stress damit. Ja, ich weiß auch nicht, was hier jetzt der Plan ist, aber... Könnte ich auch alleine machen können. Jungs, danke. Piers und ich liefern uns hier ein heiliges CS-Battle. Ja, aber ich lehne halt die ganze Zeit eins gegen zwei. Ja, ich auch. Jo. Nur ich bin auch seit Team, weißt du? Die stehen da 30 Minuten bezweit. Bist du halb das World-Finale? Ja. Echt? Mich juckt das gar nicht. Ach, echt? Wo denn? Ja, bei Frankfurt. Voll früh, oder nicht? Ja, das ist halt scheiße. Ist so antiklimaktisch irgendwie, dass es am neuen losgeht. Ob man irgendwie gar nicht stimmt. Das ist auch schon echt scheiße. Wie war so ein schönes Flutlichtspiel, weißt du? Ja, ja, versteht. Mit Chaco kann man wieder rauben gehen. Also wir machen halt... Wir tun machen einfach gar nichts. Aber erstmal Hauptsache meckern, ne? Wenn er raomt. Ich hab nicht den Justice Champion eingeloggt. To late. Ähm. Kutscher wünscht sich sicher einen Rausschmiss von Broki und Shantao. Aber zuerst werde ich ein leckeres Gericht zaubern. Vielleicht stell ich mir auch hinweg. Da ist schon immer cool, so ein Opening Ceremony, ne? Was war dein Lieblings Opening Ceremony bisher? Das weiß ich nicht mehr. Ach, Pius, man. Musst du doch wissen. Pius, was könnte ich mal Frank sagen lassen? Ey, Pius ist der Coolste. Ja, können wir machen. Mit jeder 100... Mit 1% Wahrscheinlichkeit einfach mal so ein Pius-Lob. Ist nicht voll langweilig für dich da unten? Ja, natürlich. Aber was soll ich machen? Nein, der darf ein Drecks Champion eingeloggt. Du hast ein Drecks Champion eingeloggt. Nein. Mein Champion hat Setup. Oh, mein Champion hat Setup, alles. Oh, mein Shaco. Halt auch Gefühle. Oh, noch gut. Oh, no. Was mich am Mitte so frustriert, Pius, ist so, wenn du... Also meine Champs, die ich spiele, die haben ja eigentlich alle fast keine Prio, so. Akali, Kier. Ja, du bist halt, keine Ahnung, bis Level 3 bist du ja kein Champion als SS-Zinn. Und wenn du unter dem Tower gepusht wirst und du pingst, dass dein scheiß Laner moved in den Gegner, in deinen Jungle rein. Und meine Jungle dann jedes Mal dran verrecken. Es ist so anstrengend. Never move ist einfach die goldene Regel. Ping ist key. Zack. So, hast du in Nafiri schon mal gespielt? Ein Game, aber nicht wirklich viel. Junge, die puriert man mit Komete aus, macht so Bock. Wie hat er schon Jumus fertig eigentlich? Nafiri tippe. Nafiri tippe. Nafiri tippe, sie steht 6-1 in Nafiri. Champs skate auch so heftig ins Late-Gee, habe ich das Gefühl. Ist das so tanky irgendwie. Mit deinem Bull plus Eclipse Doppel-Q heilt dich auch noch mega. Was meinst du, ist deine schlechteste Rolle, Pius? Jungle. Ich kann junglen, aber wenn der Gegner mich irgendwie counterjunglen oder irgendwas macht, was halt nicht normal ist, weiß ich, wie ich darauf reagieren muss. Oder wenn ja meine Gangs nicht funktionieren, die ersten. Na gut, jetzt vielleicht Phil auch so, der ist Challenger. Irgendwas klassische Phil. Lilia hat auch eine Dauerkarte für mich gebucht. Wer hat diese Dings? Lilia? Lilia, ja. Ich würde auch, wenn ich die Dauerkarten gebucht, würde ich einholen. Was schieben wir denn nächsten Freitag alles? Weiß ich noch nicht. Oh nein, auf jeden Fall. Ein paar epische holen, das wird geil. Können wir auch ein B3B machen von mir aus. Jo, machen wir. Auf in den schönen Abend. Oh ne, da habe ich geintet. Ich habe den noch kein Ultimate. Der hat noch Ulti, der ist Dina Firi. Hattet ihr gesnarrt, ich glaube das reicht. Ja, ich hoffe es. Kommt, Pius. Ich finde es nicht. War ein huge Ultimate. Oh man, ich habe 160 Gold mit First Blood bekommen. Das bist ja gar nicht du gewesen. Einst erlegte Will Byers einen wilden Wyvern, während er waghalsig wie ein Wirbelwind nur bewaffnet mit einer winzigen Keule seinem Schicksal entgegenstürmte. Das war gute Zeiten. Oh, wer hat den Xera so gefiedelt? Ich nicht. Wollen wir mal so einen Barrel machen? Ja, aber ich habe falsche Waffenkombi. Du hast ja auch schon zwei Items. Ja, ich habe gerade zwei Shutdowns bekommen. Und mein Urgele da voll daneben. Oh. Junge. Eine Q. Macht so 400, 500 Blutungsdamage von Nafiri. Was ist das denn? Wie hast du meine Waffenrotation falsch gemacht? Komplett verkackt, sagst du? Aber klar doch, du musst unbedingt das limitierte Kutscher T-Shirt ausprobieren. Lass mal Gameway enden, oder? Ja, ich fang mir gleich einen schönen Flammenwerfer-Ultimate. Weißt du noch, Release-Affilios mit seiner Flammenwerfer-Ult, Alter, wo der alles gewonshotet hat? Ja. Das war geil. Ja, super, ja. Oh, jetzt richtig, dass ich als Akali Rebirth wurde, einfach noch nicht Akali gespielt habe. Das war auch geil gewesen sein. Ja, Alter, Akali war echt cool. Nein, nein, ich meine die neue, die erste Version, wo wir nach Rudow unter dem Tower waren. Ah, yo, super. Oh. Oh, hier. Die Rantel, Alter, gesleept. Shaco Support ist so ein nutzloser Pick, ne? Ist es absolut. Zack. Wenn du mal AP Shaco reinzulaufen, ist halt schon. Kannst du auch AP Mauka spielen, ist auch besser. Ja, stimmt. Will ich ja nur verteidigen, so. Ja, ist ja recht. Wenn es ihm Spaß macht, ne? Big Flank, Big Flank. Oh, hier ist nach 4. Alles voll low. Junge, guck dir diesen Damm. Was zum Fick? 627 Damage. Nicht Blutung alleine, oder ist der Hund, der mit Schaum mit einkalkuliert? Ich habe keine Ahnung, wie der mit einkalkuliert wird. Das kann doch nicht nur die Blutung sein. Ja, guck dir viel denn, ne? Lass uns slaschen. Oh, wir können den auch tun. Ich komme ein bisschen low. Mach so viel Damage. Ja, die will lieber die Lilia haben. Das ist das Wichtige. Wir lebten da. Miljo. Der scheiß Miljo, ey. Da hast du viel Counter-Play gehabt, ne? Ja, da habe ich sehr viel Counter-Play gegen. Mensch. Wir haben echt irgendwie eine Baron-Phobie, ne? Ja, ich bin jetzt wieder down. Ich habe auch sehr viel Bock, muss ich sagen. Wenn du das sagst, haben die auch mehr Bock, als wenn ich das sage. Ich habe Bock auf Baron. Guck mal, kommen sie alle. Ja, alle geht doch. Boah, das hat sowas von gescheppert, Pius. Ein Quarter, dann gibt es eine 10er Sub-Bomb. Okay, okay, okay. Pius, ich brauche alle Kids. Warte mal, er hat nicht gesagt, wer den Quarter machen muss. Irgendwer einen Quarter. Ja? Oh, bumm. Zwei? Komm, Pius, mehr Schaden. Komm ran jetzt. No. Na ja, wir haben alles probiert. Das sagt geil aus, oder? Das ist schon geil. Easy win. Leute, wenn ihr mitzocken wollt, wir machen die Gruppe jetzt voll, würde ich sagen, oder? Kein Schakko-Support, ja. Jürgen, ich bin Iron in FlexQI gerankt worden, was? Geil. Cool. In Promoter-Spartin 3.